Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die 20% auf alles bekommen. 20% auch auf Tiernahrung. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, 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 hier ist wieder Schoki-Banoki mit dem 30-Sekunden-Battle. Tja, pass auf hier. Also wir machen den Speed-Matte-Rappenschwanz-Battle. Der Christian fängt an und wir haben 30-Sekunden-Zeit. Wer den ersten Fehler macht, hat gelost. 1 plus 4. Das sind 5. Mal 6. Das sind 30. Geteilt durch 10. Das sind 3. Hoch 3. Das sind 9. Falsch. 3 mal 3 mal 3. 3 mal 3 mal 3. Hoch 3. Ah, Christian hat schon wieder verloren. Christian hat schon wieder gewonnen. Christian hat schon wieder gewonnen. Ja, 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 Christian hat schon wieder gewonnen. Mensch. Läuft bei mir. Ja, läuft bei dir, super. Ja, ja, das war der 30-Sekunden-Battle in 10 Sekunden. Speed-Matte-Rattenschwanz-Battle. Daniel, konzentrier dich doch mal. Ja, schade. Dann gehör doch mal wieder in die Musik. Cheerio, Miss Sophie. Gude. Das war Schoki-Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.